Ganz herzlich willkommen bei Grün und Gesund. Ich freue mich auf ein ganz besonderes Interview, ein sehr spontanes Interview. Das Interview findet statt mit Rüdiger Dahlke, besser gesagt mit dem Arzt und Bestsellerautor Dr. Rüdiger Dahlke. Viele von euch haben sich das Interview gewünscht, deshalb freue ich mich sehr, dass das wirklich so zeitnah geklappt hat. Und deshalb begrüße ich Sie an dieser Stelle erstmal ganz herzlich. Ja, danke. Guten Tag, Herr Paffner. So, ja, ich habe ein Thema überlegt, was vielleicht meine Leser interessieren könnte. Und da bin ich auch gekommen, dass das Thema Gesund durch vegane Ernährung ein Thema ist, wo Sie sicherlich was zu sagen können und was für ein Interesse sein könnte. Und da habe ich mir ein paar Fragen zu überlegt. Und die erste Frage, die mich da interessiert, ist eigentlich, wie Sie als Arzt und, ja, eigentlich auch Psychotherapeut waren Sie ja früher, wie Sie da auf das Thema vegane Ernährung gekommen sind. Also, ich habe schon aus Tierfreundgründen sozusagen 40 Jahre vegan vorher gelebt und habe so vor gut fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren dann die China Study in die Hand bekommen, in Englisch damals noch, von Colin Campbell. Und da war ich natürlich als Arzt sofort fasziniert, weil sich da ja enorme Möglichkeiten ergeben, Symptome zu behandeln, Krankheitsbilder zu behandeln, auch eben von beiden Seiten. Also nicht nur von der psychischen Seite, was mich ja als Psychosomatiker natürlich auch fasziniert, sondern auch von der somatischen Seite. Das lässt sich ja wunderbar verbinden, Körper und Seele, diesem Ansatz. Kann man die China-Studie irgendwie in der Hauptthese oder irgendwie kurz zusammenfassen, was da so die Aussage ist? Ja, kann man ganz gut. Die besagt letztlich, alles Tierprotein in der Nahrung macht uns krank und zwar wirklich sehr schwer krank. Also, das fördert Herz-Kreislauf-Probleme, die Haupttodesursache, das fördert Krebs, aber auch Allergien, Rheuma, Gicht, Demenz, Alzheimer. Also die Osteoporose, einen ganzen Rattenschwanz von Krankheitsbildern, hat natürlich auch sehr harte Implikationen. Also zum Beispiel Milchprodukte machen genau die Osteoporose, die sie verhindern sollen. Das war für mich wirklich so, wie ich das gelesen habe, habe ich einen Schreck bekommen, habe die Studien geprüft, habe das recherchiert. Meine Partnerin hat dann gleich angefangen, auf vegan umzustellen. Und das war eigentlich so, wie ich die China-Studie gelesen habe, auch so die Idee, dass ich mir dachte, das müsste übersetzt werden in eine Sprache, die alle gut verstehen. können, so ist Peace Food entstanden, das erste Buch. Peace Food, wie der Verzicht auf Fleisch und Milchprodukte, Körper und Seele heilt. Das Buch ist ja auch direkt zum Bestseller geworden. Wie viele haben Sie davon verkauft inzwischen? Ich weiß es gar nicht. Es sind 100.000. Wahnsinn, ja. Es kam auch das Kochbuch, Peace Food, das vegane Kochbuch, das sind auch schon über 50.000. Also es ging dann relativ schnell, weil natürlich auch diese vegane Welle entstand. Bücher kamen ja ungefähr, also die Bücher von Hildmann kamen ein bisschen später raus, das erste, aber es war so eine Zeit, wo das entstanden ist. Kurz vorher war Jonathan Safran Föhr, Tiere essen. Vorher war es schon anständig essen von Karin Duwe. Also es war wirklich die Zeitqualität auch reif, dass sich da was tat. Ja, das ist ganz interessant. Das Thema vegane Ernährung gibt es ja schon sehr lange, aber es gibt wirklich gerade so eine Welle. Aber dennoch gibt es sehr viele Leute, die ja gar nichts davon wissen. Und weiterhin wird ja in der breiten Masse ja letztlich eigentlich gepredigt, dass zum Beispiel Milch einfach gesund ist. Das ist hochinteressant, obwohl es auf der einen Seite wirklich diese Studien dann gibt. Das ist eher eigentlich wirklich dramatisch und tragisch. Es ist einfach die Wirkung der Werbung, die Macht der Lebensmittelkonzern und praktisch eine gleichgeschaltete Mainstream-Presse, wenn man es mal ganz genau nimmt, die einfach weiter denjenigen, die ihnen Werbungsanzeigen geben, auch einfach ihre Inhalte widmen. Und insofern wird ja immer wieder in der Presse aus wirklich dümmlicher Weise wiederholt, sozusagen Fleischkrebskraft, Milch macht starke Knochen. Die Wirklichkeit macht Fleischkrebs und Milch schwache Knochen. Und nicht nur schwache Knochen. Milch ist wirklich ein, ja, Colin Campbell sagt, das verbreitetste und deswegen gefährlichste Kanzlerin auf dieser Welt. Das ist nicht zu widerlegen, aber mit vielen Studien auch zu belegen. Also dass zum Beispiel Schulmilch propagiert wird und subventioniert wird, das ist wirklich ein Skandal. Da wird man zurückschauen drauf und sagen, so dumm waren Politiker Anfang des 21. Jahrhunderts, dass das so lange gedauert hat, obwohl diese Studien da sind. Aber nicht so. Ich hoffe, dass ich da noch diese Zeit noch erleben werde. Genau. Ja, jetzt ist es ja bei mir, bei meinen Lesern so, dass sehr viele auch einen Rohkosthintergrund haben. Wie weit ist Rohkost für Sie ein Thema, Herr Dahlke? Also ist für mich sofort ein Thema, wenn es warm wird. Sommer, Herbst, muss ich sagen, im Winter und im Frühling, wenn es noch sehr kalt ist, dann ist es mir lieber, auch wärmende Nahrung, also im Sinne der TCM, der chinesischen Medizin, zu mir zu nehmen. Zwei große Themen, die da zusammenkommen, die mich ja auch sehr interessieren. So das Geheimnis der Lebensenergie, das hat sicher mit der Frische zu tun. Ja, also es ist ja ungestreitbar, was grünes Smoothies an Frische transportieren, an Lebensenergie und möchte ich ja gar nicht mehr missen. Auf der anderen Seite ist es aber schon so, dass stellen Sie sich vor, draußen minus 20 Grad, dann will ich gar keinen frischen Obstsalat essen. Dann habe ich mehr Lust nach Dingen, die mich innerlich auch wärmen, also ein Ingwertee, ein Currygericht oder so. Und das ist das, was die chinesische Medizin, soweit ich weiß, als einzige wirklich erfasst hat, dass es auch Lebenswärme gibt. Das ist etwas, was mich auch fasziniert, wie passen die beiden zusammen? Ich glaube, wir müssten pflanzlich vollwertig leben, also vegan meint für mich wirklich Peace Food. Weil vegan alleine reicht mir nicht, weil da könnten Sie ja auch Whisky und Wodka, Weißmehl und Weißmehl essen. Und das ist nicht das, was wir meinen können, das ist nicht gesund. Also es müsste pflanzlich vollwertig sein, möglichst frisch und möglichst viel Lebensenergie da drin zu haben. Aber je nach Typ auch Lebenswärme. Und im Winter ist bei mir soweit, wenn ich zu Hause bin, hier in Österreich, dann würde ich da schon einfach wärmende Dinge auch essen wollen. Und trotzdem viel roh. Also im Sommer jetzt esse ich fast nur roh, mir nur roh, aber das wechselt mit der Jahreszeit. Weil ich glaube auch mit dem Klima, wo jemand lebt, für einen Sulu in Südafrika bei einer hohen Durchschnittstemperatur, ist Rohkost sicherlich kein großes Problem. Ja, sehe ich genauso. In Nordnorwegen, die Samen, also die brauchen einfach wärmende Nahrung, sonst können sie bei einer Durchschnittstemperatur von minus drei Grad einfach nicht gut leben. Ja, wobei man ja auch Rohkost erwärmen kann und bis 42 Grad, das ist auch dann angenehm oder angenehmer als jetzt einfach wirklich das Kalt zu essen. Und es ist dann trotzdem noch Rohkost. Da kann man sich auch behelfen. Ja, Amerikaner erwärmen sogar noch ein bisschen weiter, aber sie haben schon recht, ab 42 Grad wird es fürs Eiweiß gefährlich. Da denaturiert das Eiweiß. Was uns schon zeigen könnte, dass das nicht gut ist, wenn wir es denaturieren. Also von der Natur sozusagen lösen und befreien. Richtig, ja. Ja, der ist sinnvoll, so natürlich wie überhaupt möglich zu leben. Das haben ja schon Leute wie Kollat und so weiter länger mal breiter erklärt. Genau. Ja, Dr. Dake, eine weitere Frage, die ja bei vegetarischer Ernährung immer wieder aufkommt und auch viele Leute, die da sich drauf einlassen und eben überlegen, ob sich drauf einlassen, ist einfach die Frage, ja, nach Mangel. Viele Leute haben da wirklich Sorge, dass wenn sie jetzt umsteigen auf eine vegane Ernährung und eben scheinbar wertvolle Dinge wie Fleisch und Milch weglassen, dass eben diese Mangelerscheinungen kommen. Wie treten Sie dem entgegen? Also das Wichtigste, um genug Calcium zu haben, ist, dass sie keine Milchprodukte zu sich nehmen. Das muss man mal gleich sagen. Der Mangel ist eigentlich bei den Mischköstlern. Man stellt sich vor, eine Frau ist schwanger, geht heute zum Arzt, egal ob Gynäkologe, Hausarzt, verschreibt sofort Folsäure, Blattsäure. Warum? Das macht ja gar keinen großen Test, weil praktisch die ganze Bevölkerung Folsäuremangel hat, außer den Veganern, die natürlich genug Blattsalate und Dinge, wo Folsäure drin ist, foliert, zu sich nehmen. Das Einzige, wo Veganer wirklich darauf achten müssen, ist B12. Wenn wir aus dem eigenen Garten die Dinge ungewaschen zu uns nehmen könnten, wie das ja in anderen Kulturen wie Indien und so passiert, da wäre es auch kein Problem. Aber wenn wir so, wie wir in der modernen Welt leben, essen, dann brauchen wir B12. Aber B12 müsste man alle dreieinhalb bis vier Jahre die Speicher auffüllen. Vitamin C brauchen Sie jeden Tag. Und sagen Sie mir mal den Mischköstler, der jeden Tag genug Vitamin C zu sich nimmt. Mal ganz, Vitamine ist die eine Sache, die haben wir zuerst gefunden. Wichtiger aus meiner Sicht sind noch diese sekundären Pflanzenstoffe, die wir heute immer mehr finden. Die sekundären Pflanzenstoffe sind in vieler Hinsicht bei den Mischköstlern im Defizit, während die Veganer haben da genug. Also das Mangelproblem haben wir eindeutig bei den Allesessern, den Mischköstlern. Und Veganer sind da gut dran. Die müssen einfach nur B12 nehmen. Und aus meiner Sicht das richtige B12. Methylcobalmin. Nicht Zyankobalmin, was überall beworben wird. Methylcobalmin. Und das ist eine sichere Sache, wenn man das aus meiner Sicht täglich einnimmt. Eine Minimaldosis. Das wäre der natürlichste Weg. Und nicht alle drei bis vier Jahre. Welche Dosis würden Sie da empfehlen und in welcher Form? Das ist ja auch wieder eine umstrittene Sache. Ich würde täglich eine Minimaldosis nehmen. Ja, so wie es in diesem Take-Me-B12 drin ist. Das empfehle ich. Und ich würde mich nicht auf Zahnpasta und solche Dinge verlassen. Weil da haben Sie immer keine gute Dosierung. Der eine putzt eine Minute zählen, der andere zehn Minuten. Das ist schwer zu dosieren. Und ich würde auch nicht, natürlich in Tempe und so, da ist schon ein bisschen B12 drin. Aber der Mangel ist so gravierend, da würde ich nicht viele Kompromisse machen und würde die Tagesdosis nehmen. Und das kann ich auch jeden Tag gut dosieren. Wenn ich es nämlich jetzt sage, ich will es nur alle dreieinhalb Jahre nehmen und ich vergesse es dann, dann wird das wirklich zu einem echten Problem. Also da müsste man gut aufpassen und dürfte man nicht mit spaßen. Aber nochmal, der wirkliche Mangel, um den wir uns sorgen müssen, ist bei den anderen. Ja, 89 Prozent der Deutschen sollen einen Vitamin-D-Mangel haben. Und 89 Prozent der Deutschen sind ja leider nicht vegan. Da arbeite ich ja drauf hin, aber ist ja noch nicht so weit. Ja, aber 98 Prozent heißt ja, dass wir zwei Prozent schon haben. 89. 89. Jetzt habe ich das Thema ja gewählt, gesund durch vegane Ernährung. Jetzt haben wir gerade gehört, dass B12 im Prinzip so ein Punkt ist, auf den man achten sollte. Aber wenn ich den sozusagen beachte und das wirklich am Auge behalte, dann habe ich aus Ihrer Sicht wirklich eine Grundlage geschaffen, um wirklich gesund wieder zu werden und eben die Grundlage für Gesundheit erstmal geschaffen, was die Ernährung angeht. Ja, also ich habe auch viele Beispiele in diesen letzten fünf Jahren erlebt, dass zum Beispiel Männer, die hohe PSA-Werte haben, also wo die auf Prostatakrebs hin zählen, wenn die die Ernährung umstellen in Richtung Peace Food, also pflanzlich vollwertig, im halben Jahr sind die PSA-Werte wieder normal und die brauchen nicht operieren. Und diese Operation ist ja nicht so ohne. Da droht Putzins und Inkontinenz. Also da werden auch Männer dann, die ja sonst nicht so für Psychosomatik sind, sondern lieber operieren lassen, ganz hellhörig. Und Sie sind dann heilfroh, wenn ich Ihnen nicht mit Krankheit als Symbol und der Psychosomatik komme, sondern einfach sage, lassen Sie uns mal mit Ihrer Frau telefonieren, schauen wir mal, dass wir die Ernährung umgestellt kriegen. Dann müssen Sie an dieses heikle Thema, was da psychosomatisch dahinter ist, gar nicht dran. Und das ist bei vielen Themen. Sie kriegen den Blutdruck runter damit, damit die Herzinfarktgefährdung runter, die Schlaganfallgefährdung und so weiter. Sie mindern das Krebsrisiko sehr deutlich. Sie mindern das Osteoporose-Risiko dramatisch. Wenn Sie Kinder gleich ohne Kuhmilchprodukte aufwachsen lassen, dann haben die gar keine Chance zum Beispiel auf den schlimmeren Diabetes, den Typ-1-Diabetes. Da haben praktisch alle Typ-1-Diabetiker Antikörper gegen Kuhmilch im Blut. Und auch Typ-2-Diabetes, diese neue Volksseuche, kriegen Sie praktisch immer weg, wenn Sie fasten und danach Ihre Ernährung umstellen in Richtung Peace Food, ist Typ-2-Diabetes wirklich eine Sache, die Sie loskriegen. Das kann man nicht bei allen Krankheitsbildern so sagen. Aber diesen Typ-2-Diabetes, den wir früher Altersdiabetes nannten, und auch zum Beispiel Rheuma, das ist etwas, was man einfach loswerden kann. Ich hatte kürzlich eine Patientin, die 70-jährig in den Fastenkurs kam und erstaunt feststellte, dass ihre Rheuma-Symptome verschwinden. Nur habe ich ihr gesagt, das erstaunt mich gar nicht so, erlebe ich oft. Und wenn sie jetzt vegan weiterlebt, könnten die überhaupt wegbleiben, die Symptome. Das wäre möglich. Die kam ein halbes Jahr später zum nächsten Fastenkurs, fiel mir gleich um den Hals, die ist übelglücklich, die hat Jahrzehnte Rheuma hinter sich und jetzt das erste halbe Jahr seit Jahrzehnten ohne Schmerzen. Das ist möglich. Das ist eben dieses Wissen, was uns beide ein Stück weit eben antreibt, dass dieses Wissen rausgebracht werden muss. Und das ist auch so mein Wunsch, dass einfach wesentlich mehr Leute das erfahren. Und deshalb habe ich jetzt auch dieses Thema einfach mal gewählt. Und ja, das ist einfach, ich finde es so traurig, dass eben so viele Leute die Gesundheit da so wesentlich verbessern, könnten es einfach aus Unwissenheit nicht tun, weil es eben so anders propagiert wird. Was mich jetzt noch interessiert, ist das Fasten. Vielleicht können Sie da noch was kurz sagen, wie Sie das empfehlen. Also Sie haben ja gesagt, umstellen und vielleicht vorher fasten. Wie würde das Fasten aussehen? Also Fasten ist immer die leichteste Entzugsmethode. Ob Sie jetzt auf Gluten verzichten wollen oder auf Tierproteine oder beides verzichten wollen, aber selbst wenn Sie vom Alkohol loskommen wollen oder von Nikotin oder noch gravierenderen Drogen. Fasten ist immer ein wunderbar leichter Entzug. Also zum Beispiel Weizen macht das so eine Art auch süchtig. Und dann haben die Leute Heißhunger und so weiter. Beim Fasten verschwindet das alles. Und das ist nach meiner Erfahrung der beste Einstieg in den Umstieg. Insofern würde ich immer Fasten empfehlen. Empfehle ich auch zur Psychotherapie oder wenn wir im Sinne von Krankheit als Symbol jetzt an Symptome drangehen müssen. Da ist es wirklich eine wunderbare Möglichkeit. Und natürlich bei Typ 2 Diabetes oder Rheuma ist es auch wirklich eine direkt dieses Krankheitsbild angehende Therapieform. Und das heißt, das ist auch so einfach. Uns kostet nichts. Im Gegenteil, Sie sparen noch Geld. Sie hören auf zu essen und Sie trinken genug. Sorgen für Darmreinigung, das kann man heute auch super einfach mit den Smoothies machen. Die allermeisten Menschen, die grüne Smoothies trinken, zweimal am Tag, haben Stuhlgang. Allein schon dadurch. Also bei meinen Fastenkursen ist heute automatisch grüne Smoothies am Morgen. Und das hat ja praktisch keine Kalorien. Und wenn Sie nicht zu viel Banane reinstopfen, das tut aber nicht natürlich. Und das ist natürlich eine wunderbare Erleichterung auch fürs Fasten. Das heißt, wenn Sie fasten, ist es kein reines Wasserfasten. Wie wird das dann konkret aussehen? Und was nehme ich zu mir dann den Tag über? Also, ich mache zwei verschiedene Kurse. In einem Körper, Tempel der Seele. Da gibt es Smoothie und am Nachmittag auch nochmal eine Suppe. Allerdings wirklich nur die Essenz der Pflanzen. Also die Seele der Pflanzen. Also da ist nichts Festes mehr drin. Das ist natürlich angenehmer für das erste Fasten. Ich brauche auch so ein Fastenschweigen meditieren. Sehr streng mit Sitzmeditation an die Zen-Tradition angelehnt. Das ist eigentlich Wasserfasten. Aber selbst da geben wir am Morgen einen grünen Smoothie. Der ist jetzt nicht so reichhaltig. Da ist keine Avocado drin. Also kalorisch relativ niedrig. Aber der macht halt einfach einen Stuhlgang. Auch während des Fastens in der Regel. Das sind nur noch wenige, die einen Einlauf machen müssen. Der ja auch nicht schlimm ist. Aber auf viel muss man beim Fasten nicht achten. Nichts mehr essen. Genug Wasser. Minimum zwei Liter am Tag. Zur Erleichterung aus meiner Sicht ein grünes Smoothie. So richtig nach Viktoria Brutenko. Das schmeckt dann nicht so gut. Schön grün, ne? Schön grün. Bringt den ganzen Verdauungstrakt dann doch so, dass es Entleerungen gibt. Wir brauchen keinen Entlastungstag mehr. Das hat man früher gemacht zum Schluss noch. Ein Apfel- oder ein Obsttag zur Entlastung. Die Smoothies sind ja die Entlastung. Und das ist auch eine wundervolle Ernährung. In Anführungszeichen. Weil sie so enorm den Gegentrend bedient. Wir essen heute viel zu viel Verdichtetes. Bis wir eine Magenfüllung haben, da sind so viele Kalorien drin. Und die Smoothies sind genau das Gegenteil. Das ist absolut nicht verdichtete Nahrung. Die ist schaumig, die ist leicht, das schmeckt gut. Und da ist kalorisch ja fast nichts drin. Aber es ist Chlorophyll drin, sozusagen das Blut der Pflanzen. Das gibt uns ja auch ein enormes frisches Gefühl. Also das möchte ich einfach gar nicht mehr missen. Generell nicht, aber beim Fasten auch nicht. Das freut mich sehr, das von Ihnen zu hören. Denn auf meiner Webseite Grün und Gesunde, ihr geht es ja thematisch zum großen Teil eben um grüne Smoothies. Von daher freut mich das sehr, dass wir es auch so propagieren. Ja, dann haben wir das Thema Mangel auf jeden Fall damit angesprochen. Das hatte ich aber auch gerade schon angesprochen, dieses Thema Antrieb. Vielleicht gehen Sie doch mal konkret darauf ein. Also was, Herr Dr. Darke, treibt Sie an, Ihre Arbeit so zu führen, wie Sie sie fühlen? Weil wenn ich mir das angucke, Sie haben wahnsinnig viele Bücher geschrieben und sind aktiv über schon einen sehr langen Zeitraum. Was steckt dahinter? Was treibt Sie an? Ja, ich meine, ich bin ja mal einfach Arzt. Und als Arzt merken Sie ja schnell, wenn Sie immer selber erzählen müssen. Also über das Fasten habe ich schnell mal ein Buch geschrieben, dass ich nicht immer wieder die Stunde Fasten erklären muss. Gleiche bei der Psychosomatik. Ja, also natürlich kann man das sich auch von mir erklären lassen, aber es ist natürlich einfacher. Man schlägt in Krankheit als Symbol nach. Es ist inzwischen fast 800 Seiten dick. Da haben Sie praktisch von A bis Z alle Krankheitsbilder drin und sehen den seelischen Hintergrund. Und das ist für die Leute viel einfacher, wenn sie das in der Familie stehen haben und immer mal nachschlagen können. Und für mich natürlich auch einfacher, weil ich nicht immer selber erzählen muss. Und genauso ist das natürlich auch mit der veganen Geschichte passiert. Also Peace Food ist eben entstanden, weil ich dann anfing, immer mehr Menschen, Patienten zu erklären, so und so können wir mit diesen Symptomen von der körperlichen Seite auch umgehen. Dann kommen wir von der seelischen und der körperlichen Seite, ist natürlich das Optimum. Und so entstand das erste Peace Food Buch. Dann gab es natürlich schnell die Frage, ja und was dann essen? Das ist ja heute immer noch so ein Thema und so ein Stück an Peace Food, das vegane Kochbuch. Dann habe ich für die ganzen Ehefrauen, die eh schon Vegetarier waren, die schnell auf vegan umgestiegen sind, gemerkt haben, eigentlich notwendig wäre das für ihre Männer, dann noch dieses Vegan für Einsteiger geschrieben. Zum Buch, da merkt der Partner unter Umständen vier Wochen gar nicht, dass er jetzt vegan lebt, weil es ja so viele Ersatzprodukte gibt. Das brauche ich jetzt nicht für mich, ich mag das gar nicht so sehr, ich lebe von Gemüse, ganz prima. Aber für viele ist das doch ein entscheidender Punkt. Die hängen halt an der Currywurst und das ist unheimlich beruhigend für die, wenn sie weiter ihr Schnitzel und ihre Currywurst essen können. Die sind halt dann nicht aus Fleisch, sondern aus diesen Ersatzgeschichten wie Soja und so weiter. Da muss man nur darauf achten, dass Soja halt dann wirklich nicht gentechnologisches Soja ist, dass es aus einem fairen Anbau stammt, aber das ist ja machbar. Und da kann man vieles hinkriegen. Die Eier, die Sie heute im Restaurant kriegen, die stammen sowieso nicht mehr aus der Schale. Die werden als Matsch angeliefert. Es gibt Eiersatz. Ich muss das nicht essen, aber für viele ist es ein hilfreicher Übergang. Und wenn man mal gesehen hat, nach vier Wochen, es geht mir besser, die Blutwerte werden besser, dann kann man das ja auch enthüllen. Man kann das auch von Anfang an sagen. Nur muss man sagen, es gibt halt relativ viele, gerade im Bereich der Männer, die einfach Vorurteile haben, die sich nicht vorstellen können, dass sie den Unterschied nicht merken. Aber überall passiert das jetzt. Gerade von einem Wurstfabrikanten ein Interview gelesen. Die wollen jetzt ein Drittel ihrer Produktion auf fleischfreie Wurst umstellen. Interessant. Finde ich wundervoll, obwohl ich das nicht mag. Also ich brauche keine Leberwurst, die wie echte Leberwurst schmeckt, weil mir hat schon die Leberwurst nicht geschmeckt früher. Es ist für mich keine Option, warum soll ich das, was mir eh nicht schmeckt, nachmachen. Aber für viele ist es wunderbar. Und ich meine, das Ganze könnte eine riesige Chance werden, um wirklich im großen Stil und auf einfache und geschmackvolle Weise zu gesunden. Das ist das letzte Thema, was ich mir vorgenommen habe. Ich finde, die Welle hat schon wirklich so ein Feld gemacht, dieses vegane Feld. Ich meine, die Leute, wenn sie vegan sagen, die fragen nicht mehr wie vor fünf Jahren. Ja, was ist denn das? Was essen Sie dann? Heute kommt eher so, entweder Sie sind dagegen oder dafür. Diese Polarisierung zeigt aber auch, dass das Thema sich ausgebreitet hat. Ja, definitiv. Jetzt haben wir, glaube ich, die Chance, dass wir aus dieser Welle wirklich ein breites Feld machen. So, was mir vorspricht, ein Feld ansteckender Gesundheit, nenne ich das am liebsten. Ich bin froh um jeden, der da mit beiträgt, die da, Jumana Matukat schreibt, das ist ein veganes Buch für die Familie und der Attila schreibt für die Jungen im Wesentlichen auch. Und das ist ein Riesenfeld, was entstanden ist. Mein Traum wäre, dass wir da einen Lebensstil draus machen. Den besseren, leichteren, gesünderen, schöneren, anmachenderen, weil ästhetischeren Lebensstil. Und dazu habe ich jetzt Peace Food Italiano Vegano geschrieben. Vegano Italiano. Einfach, weil die italienische Küche, ich arbeite, muss ich sagen, seit 25 Jahren auch immer ein Vierteljahr in Italien, die ist wirklich von Haus aus leicht umzustellen, schmeckt so gut. Und das ist wirklich auch ein anderer Lebensstil. Das ist sozusagen Urlaub beim Essen. Das kann man mal am Tag haben. Und ist sehr, sehr viel ästhetischer, anmachender und schöner, als wenn man den Tag sozusagen mit einem Aufschnitt beginnt. Ja, das ist immer noch in vielen Köpfen leider so drin. Ja, richtig. Ja, hört sich gut an. Dann haben Sie eine ganze Reihe interessante Bücher geschrieben, wie sicherlich für viele eine gute Hilfe da sein können, je nachdem, wo sie stehen. Insbesondere jetzt Vegan-Vereinschläger richtet sich an die, die eben von woanders her kommen, von einer ganz anderen Mischkost. Peace Food Italiano, an wen richtet sich das? Das ist auch wahrscheinlich ein Rezeptebuch, oder was ist das? Das ist ja ein deutsches Buch, wenn ich das richtig sehe. Genau. Ich schreibe da schon immer den ersten Teil und erkläre auch, warum mir das so ein Herzensanliegen ist, jetzt diese italienische Variante da noch zu lancieren. Eben, nochmal eine andere Geschmacksrichtung, auch eine leichtere Küche, die mehr Spaß macht. Die italienische Küche ist ja Spaß. Spaghetti, stellen Sie sich vor, Sie würden das im Block essen und mit Messer und Gabel schneiden. Das wäre ja gar kein Spaß. Es braucht diese Spaghetti eben. Und es braucht die Pizza, die so rund ist und lustiger ausschaut. Da kommt eine andere Stimmung mit ins Essen. Und in der veganen Szene ist ja aus meiner Sicht die einzige Bedrohung, die wir jetzt haben, der Fanatismus einzelner Veganer. Diese verhärmte Art, anderen ein schlechtes Gewissen zu machen, das brauchen wir überhaupt nicht. Wir waren bis vor einiger Zeit fast alle Mischköstler. Ja, bei mir ist das jetzt fünfeinhalb Jahre her. Ich weiß nicht, wie lange es bei Ihnen her ist, aber das ist einfach eine Zeitangabe. Wir haben alle mal als Mischköstler angefangen. Die brauchen wir nicht niedermachen. Es wäre ideal, die einzuladen. Und Peace Food, Vegano Italiano ist so eine Einladung an alle. Alle mögen gerne italienisch essen. Das ist anmachend, das ist witzig und lustig. Und wenn wir das vegan machen, dann haben wir da einen unheimlich großen Nebeneffekt. Nämlich nicht nur, dass wir gesünder sind, dass es uns besser geht. Wir haben kein Völlelf-Gefühl mehr. Wir haben auf längere Zeit auch nicht mehr so stinken. Wir brauchen keine Deos und so weiter. Und wir nützen natürlich enorm den Hungerländern. Wir nützen enorm der Umwelt. Sie können nichts umweltsinnvolleres tun, als sich umstellen auf pflanzlich vollwertige Kost. Und wir nützen auch den Tieren. Das ist für mich noch so ein ganz wichtiger Punkt. Tierschutz, wirklicher Tierschutz, meint immer pflanzlich vollwertige Kost. Und niemals Tiere essen. Obwohl, glaube ich, in Tierschutzvereinen viele Leute organisiert sind, die Tiere essen. Das ist so ein gewisser Widersinn. Es gibt Ökologen, treffe ich immer wieder unter Grünen, die sind vegan. Da bin ich fassungslos. Also das finde ich auch eine Farce, ehrlich gesagt. Ja, stimmt. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Kuscheltier, Tierliebe und den Tieren, die eben nicht kuschelig sind. Aber es ist ein eigenes Thema. Aber da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ja, also ich stimme da komplett zu, was Sie sagen. Das ist hochinteressant und unterstreicht das einfach nochmal. Ja, jetzt würde ich abschließend noch gerne darauf hinweisen, dass es eine Möglichkeit gibt, Sie jetzt auch in Deutschland live zu hören. Sie haben eine ganze Menge Vorträge. Sie halten also eine Vortragsreihe in Deutschland. Und wenn ich das richtig sehe, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, am 28.09. Das ist ein Sonntag, da geht das in Mainz los. Und da tuken Sie sozusagen durch Deutschland. Das ist so richtig, ja. Und Mergentheim und Ulm, ich weiß es auch, nur wenn ich es hier ablese. Olpe und Lübecke, bin ich in Göttingen und Wunstdorf. In Hamburg habe ich Premiere von meinem Film, ich habe auch einen Film gemacht, über die Schicksalsgesetze, im 7.10. in Hamburg, Abathon-Kino. Bis dahin weiß ich es auswendig. Aber dann gibt es noch viele Städte unter www.dalke.at für Österreich, kann man das schauen, wenn man sich interessiert. Würde mich natürlich sehr freuen. Und es gibt auch viele Peace-Food-Vorträge dort, aber eben auch Schicksalsgesetze und Krankheit als Symbol und diese großen Themen, die mich die letzten Jahrzehnte beschäftigt haben. Genau, also die Web-Adresse, vielleicht können Sie gerade nochmal nennen. Also www.dalke.at, ja. Ja, ich prüfe die sonst auch nochmal nach und werde das auf jeden Fall unten drunter unter dem Video auch nochmal sonst nennen. Auf Facebook kann man es auch sehen, da habe ich es auch mal gepaust. Ich verlinke das auf jeden Fall unter dem Video, dass die richtigen Links da sind, wo alles aufgeführt ist. Genau, und da kann jeder einfach schauen, wann Sie in der Nähe sind. Und ja, vielleicht ist ja für den einen oder anderen da was Interessantes dabei. Die Bücher, die Sie genannt haben, verlinke ich auch gerne nochmal hier unten drunter. Und da haben wir eine ganze Reihe von ganz interessanten Themen auch angesprochen. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt eine halbe Stunde ungefähr voll. Das sollte nicht zu lang werden, sonst schalten Sie alle reihenweise ab, wo ich es fast nicht vorstellen kann, wenn ich Sie hier interviewe, dass Sie jemanden abstellt. Aber dennoch will man es nicht zu lange machen. Vielleicht können wir einfach zu einem anderen Zeitpunkt nochmal ein anderes Thema aufgreifen. Ja, Herr Dr. Rüdiger-Dahlke, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und bleibt mir einfach nur noch an dieser Stelle Ihnen alles Gute, insbesondere jetzt für die Vortragsfeier zu wünschen. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank, Herr Barfra. Dankeschön. Alle wichtigen Infos aus dem Interview mit Dr. Rüdiger-Dahlke, die Termine der Vorträge, die Bücher, die wir angesprochen haben, die gibt es auf meinem Blog www.grünunggesund.de.de Den Link gibt es direkt hier unten drunter unter dem Video. Dort kannst du dir das Interview, auch wenn du möchtest, als MP3 kostenlos herunterladen, wenn du es auf dein Smartphone nochmal draufladen möchtest, um es in Ruhe nochmal anzuhören. Und alle Infos zu grünen Smoothies, wenn dich dafür interessiert, das ist ein Schwerpunktthema auf meinem Blog. Die findest du dort auch. Kostenlose Rezepte zum herunterladen. Einfach auf den Link hier unten draufklicken, dort findest du alles. Dankeschön fürs Zuschauen. Mach's gut. Bis bald. Dein Adressverfurt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020